Lego TT Game Studio D&D Warner Brothers Game Kill Snake Lucasfilm Game Yenoi Agustah Egos E E E E E Das ist die Waffe eines jeden, das. Eine elegante Waffe, die zivilisiert wird. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Was übernehmen wir? Es wird nichts mehr im Weg stehen. Hool oder tu es mir. Es gibt kein Verlust. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Meine Freunde, Ego Star Wars, die Skywalker-Saga. Mein Kanal. Ich gebe zu, das ist eine zweite Aufnahme des Teasers. Beim ersten Mal, wenn man das Spiel starten, kamen noch einige Einstellungen. Und so weiter. Wie man da machen musste. Darum habe ich jetzt geschehen, das neu aufzunehmen. Den Teaser. Ja, ich habe schon ein bisschen gezockt und es ist grandios. Aber, es gibt auch ein Aber, aber dazu kommen wir im Spiel dann. Äh, also wie gesagt, die Grafik ist grandios und so weiter und alles, aber... Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob das wirklich 100% Let's Play wird. Wäre schön, aber wir werden sehen. Bis dahin. Ich hoffe, ihr guckt euch das an. Vielen Dank. Seien meine Freunde.